Musik Ankunft in Eichenwalde. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Wählen Sie Ihren Helden. Ah. Ja, ich bin... Rügel. Ist ja Buklani. La Verteidigung. Ein amerikanischer Cowboy? Hat sich die Zeitachse dieser Dimension verschoben? So sieht's aus, Großer. Die 1880er sind wieder total in. Bemerkenswert. Wie weit ist es bis nach Bonn? Ich würde gerne Heinrich Herz treffen. Okay. Wir haben ein... Sehr korrektes Team. Drei, Zwei, Eins. Anläufer. Versteiden Sie es nicht. Mode, Dube. Ich lebe dich, Mode. Ich sehe einen Fang. Ja, das ist besser. Ja, das ist besser. Schöpfen. Ja, du bist besser. Oh, nein. Ja, ich bin besser. Jaaa Jaaa Was soll ich machen, ey? Von Cassidy zu Diva, das ging aber schnell So leicht gebe ich nicht auf Das muss man ja mal sagen Wie geht's, wie steht's Wieder im Gleichgewicht Zierpunkt verlobt Halten Sie die Fracht auf Nicht los, nicht los Oh Mann Habe manche Besschen gekillt, Mann Okay, Genji fragt sich über den Freekill Habe manche zu denken Schauen wir Habe man sagen, die war Halli, hallo Was kann ich mit Ein Gegner ist erschienen Okay Habe manche Ja Diva Ja Diva Gönn dir meine Auszeit Gököger 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 Komm doch her Gököger Junge, Junge, Junge Schade Ah, die haben nicht wiederum Schade So So Schade Schade Oh Wuh 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 Warum lauft ihr jetzt alle da rein? Warum lauft ihr jetzt irgendwelchen Gegnern nach? Wuh 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 Jetzt waren wir das erstmal mal wissen. So, ich habe noch eine Belange für Carrico bekommen. Oh, scheine. Ah, scheine. Killstreak 13 gehabt, oi oi oi. Aber, scheine gute Carrico, würdest du sagen, oder? Oh, okay. Ja, Killstreak 25 gehabt. Cool. Was hast du jetzt gemacht? Ich wollte ein Coin flippen. Hat es funktioniert? Ne. Oh, ich bin Supporter. Welche Überraschung? Ja. Ich bin krass mit der Alia jetzt. Wahrscheinlich habe ich es jetzt inzwischen wieder verlernt, aber egal. Ich bin gespannt. Zeig mal, was du drauf hast. Zeig mal, was du drauf hast. Bamm gewonnen. Läuft. Läuft bei mir. Läuft bei mir. Ich suche mir meinen eigenen Pfad. Bleib den Sichtweite und ich beschütze euch. So. I'm waiting. Ding. Vier. Drei. Zwei. 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 Ziel. In der Suche zu holen, verpüffbar. Ich seh aus. D, 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 d. Zwei. Oımız. Oh. Soll dann so bei mir herumglitschen. Boah, ich hab voll die Strong aanbrüche. Ja, bei mir hab's mujer auch nicht fristig. Boah, was ist jetzt hier los? Mai. Hör mal, das stimmt nix. Ich krieg keine... Hast du was am Unterladen? Nee. Das hat nix mit deiner Performance zu tun, das sind nur Lags. Deine Performance ist von deinem Laptop. Sollen wir es offen? Ja, dann wird's da ran. Der zieht mich alleine Dingens, wo man's... Yo, wo ist mein Team? In deinem Reaper. Oh, 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 oh... Ich würde einfach sterben wollen. Zeit für den nächsten Versuch. Wahrscheinlich mit mir und laufend. Ähh... Lasst sie nicht diese Barrikade schieben! Ich würde ja gerne zu euch, aber... Ja... Ja! Wo sind denn unsere DDs? Gut. Ja, steil. Das Team suckt so hart. Ich hab schon drei Tore gefressen. Ja, ich wollte schon schreien gehen. Oh, ich hab schon schönhertschacht geblieben. Oh mein Gott. Wenn du alleine reinläufst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo sind unsere DDs? Stunde Heiler, 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 was da ich machen Hey, hat unser Stahn einen Durchhänger? Heiler, 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 heiler Werfen Unser Bestchen weiß doch nicht wie man ein Bestchen spielt Habe ich das mal aufgefahren? Ja Oh, krass Habe ich gerade gedacht, ich wäre, äh, Zenyatta Oh, meine Fresse, alter Team Danke dafür, Reinhard, dass du dein Schild gemacht hast Hast du hier tolle Runde? Genau Fixer, alter Was heißt FTG? Keine Ahnung Anruf Ankunft beim Lijang Tower Okay Gucken wir mal Ob wir jetzt wenigstens ein verrückliches Team kriegen? Äh Ich bin ja vorsichtig mit solchen Aussagen Ich suche mir meinen eigenen Pfad Letzte Nacht habe ich mich nur auf die Mission vorbereitet Naja, vielleicht auch ein bisschen gezockt Ja, ein bisschen gezackt Okay, Kiriniko ist einfach viel zu stark Ich bringe uns durch den Kampf Achter, die haut den Ball einfach in die Atmosphäre Fünf Vier Drei Zwei Eins Runde eins Nehmen Sie den Zielpunkt ein Du 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 Ich steh'n auf Sturm Jetzt macht er nur so die, oder? Keine Ahnung Sie werden dich nicht kriegen Oh, danke Cool Erfolgreich nicht geschafft Ich wollte meine Taktik anpassen Soldier 76 Bereit zum Einsatz Mertetle Da geh' ich nicht rein Da geh' ich nicht rein Könnte vergessen Und ich bin dort Oder? Ja Cool 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 Nicht Ich bin zuerst Langt Moment mal, das ist ein Affer Hier wollte ich mich wieder catchen Ist mir schnitzend weggegangen? Okay. Ach, mir fällt gerade auf, die Wurf-Animation setzt es manchmal aus. Ja? Ja. Vorsicht, wir sind in der Unterzahl. Ich wollte gerade sagen, ich sah gerade selbst noch runtergesprungen. Ja, dachte ich auch gerade. Ja, wir stehen in unserem Schiff drin. Wo sind unser Team? Das kann doch nicht wahr sein. Ernsthaft, Diva? Ernsthaft? Ja, gut. Oh, cool. Oh, cool. Macht Spaß. Ich beschütze euch, Freunde. Da könnten sie es versuchen. Wenn wir uns jetzt konzentrieren, schaffen wir es vielleicht lebend hier raus. Ja, cool. Wäre schön, wenn ihr mal Leute tötet. Ich habe auch noch englische Sprüche. Du solltest zu uns kommen, ne? Ja. Ja, du bist gerade ganz woanders. Was? Was bin ich denn? Ich bin jetzt hier. Ey, du bist gerade irgendwo anders. Ich bin nur hier vorne. Affe. Aua, Aua. Ja, ich würde mich keinen Porten danken. Ja, dann bin ich tot. Da. Meine Feralty da drin und schon ist alles weg. Da ist eine Ferra. Ich habe keinen für die Ferra verdammte Schuss. Ja, was soll ich denn machen, Alter? Ich sterbe nur. Weil mein Team nichts hinkriegt. Nein, wir konzentrieren uns lieber die ganze Zeit nur auf die Tanks anstatt erstmal die Healer zu töten. Das Gegner-Team macht's richtig, unser Team kann's einfach gar nicht. Ja. Und dann lass dich halt einfach... Fick doch auf. Was ist hier denn? Fick doch auf. Was ist hier denn? Ach, der hat schon wieder ihre Ulti. Nice. Und killt uns beide. Ja. Wer macht uns das Sojourn? Hm. Elf Kills. Umgeblich. Hab ich zwar noch keiner zuvor gesehen. Aber okay. Cool. Warum ist der Affe immer überall? Ja, weil er halt mobil ist. Und der Affe macht's richtig und konzentriert sich auf die Heiler. Aber unser Team kriegt ja gar nichts hin. Und die konzentrieren sich lieber auf dem Tank. Da die ganze Zeit nur geheilt wird. Und ja. Ne, werden wir nicht. Sag ich schon. Ich hab's so lange wie ich konnte überleben. Aber ja. Ach, report eure Heiler. Report deine Mutter. Guck mal. Mein Sohn, Alter. Highlight des Spiels. Guck mir mal. Oh, du warst. 2.000 Schaden macht. Schön. Wir haben über 6000 geheilt. Ich weiß nicht, wo jetzt das Problem ist. Wir sind die ganze Zeit einfach nur gestorben. Weil ihr uns nicht beschützt habt. Wow. Glückwunsch, du Hörnsohn. detto. Wie duct siehst cree, Wannanderrall это Leben von Hand store. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020